Es ist die Woche nach dem Brasilien Grand Prix 2019 und nach dem neuerlichen Ferrari-Crash zwischen Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Christian, und ich glaube, da müssen wir drüber reden, das ist ganz klar. Kollisionen unter Teamkollegen in der Formel 1, da gab es doch schon mal was, oder? Ja, wir müssen definitiv reden und wir haben das zur Chefsache erklärt, Stefan. Unter diesen Titel stellen wir das jetzt kurz. Wir haben die Top 10 rausgesucht, der Teamkollegen-Kollisionen in der Formel 1. Fangen wir doch mal an, steigen wir ein und zwar im Jahr 1993. Es ist der große Preis von Italien, es ist die letzte Rennrunde und Minardi hat ein Problem. Pierluigi Martini und Christian Fittipaldi kollidieren auf der Zielgerade. Ein sensationelles Finish, irgendwie geht alles gut, aber eben Teamkollegen, die wurden sich nicht einig. Es kommt zum Crash, Fittipaldi steigt auf, landet auf drei Rädern und fährt noch als Achter ins Ziel. Wie verrückt ist das denn bitte? Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich war elf Jahre alt, zwar erst, 1993. 1993, aber das Bild hat sich einfach eingeprägt. Also unfassbar, er fährt noch über die Linie. Schade, dass es nicht um mehr ging, weil es war tatsächlich außerhalb der Punktringe, wo sich das abgespielt hat. Stefan, ganz kurz, können wir da vielleicht einen Hinweis auf dein Buch reinspielen, weil ich glaube, du hast das da auch behandelt. Korrekt war in einem Kapitel mit drin. Grand Prix Geschichten heißt das Buch, dieses Jahr erschienen. Da geht es eben um verrückte Geschichten, um total irre Ereignisse in der Formel-1-Geschichte. Und diese Szene, die wir gerade beschrieben haben, Martini und Fittipaldi in Monza beim Finish mit überschlagend Stil, das ist eben eine dieser kuriosen Grand Prix-Geschichten. Genau, und wir gehen gleich weiter zu unserer Nummer 9. Da haben wir uns entschieden für die Kollision zwischen Giancarlo Fisichella und Ralf Schumacher in Buenos Aires 1997. Wir müssen zugeben, wir haben in der Recherche nicht herausgefunden, um welchen Platz es da eigentlich ging. Aber Stefan, es war für Ralf Schumacher auch aus einem anderen Grund ein besonderes Rennen. Also zunächst mal 1997 der Jordan. Was für ein Hammer sensationelles Design. Also diese gelben Fahrzeuge vermisse ich heute auf jeden Fall. Und Ralf Schumacher, du sagst es, Christian, er ist in diesem Rennen Dritter geworden. Es war sein erst drittes Formel-1-Rennen und er war zum ersten Mal auf dem Podium. Sagte dann später, ich glaube erst vor wenigen Wochen, ich hätte dieses Rennen vielleicht sogar gewinnen können. Also sensationeller Einstand für Ralf Schumacher. Trotz der Kollision mit Fisichella, der hat das Rennen nicht beendet. Ralf Schumacher kam ins Ziel auf dem Podium. Genau, und Ralf Schumacher spielt auch eine Rolle bei unserer Nummer 8 Teamkollegen-Kollision in die 2002. Und die beiden, Ralf Schumacher und Juan Pablo Montoya, fahren damals für das Williams-Team. Das in jenen Jahren mit BMW-Power, der stärkste Motor der Formel 1 damals, auch sehr, sehr konkurrenzfähig war und fahren sich einfach in die Karre. Ich habe 2016 mit Patrick Hatt über die beiden gesprochen und auch konkret über diese Kollision in Indianapolis. Und er hat gesagt, meiner Meinung nach haben die beiden die WM selbst weggeworfen. Ich glaube, damit hat er sich, da hat er die Jahre durcheinander gebracht, die er auf 2003 bezogen. Aber Ralf Schumacher und Montoya, das hat immer irgendwie geknistert. Ja, die waren sich nicht ganz grün, auch in der Szene in Indianapolis hat man es gesehen. Montoya war der Schnellere, wollte vorbei auf der Außenbahn in Kurve 1. Der Ralf hat natürlich die Gegend gehalten. Das Ende vom Lied war, er hatte keinen Heckflügel mehr. Beide Fahrzeuge in der Auslaufzone, Ralf Schumacher sofort raus, Montoya konnte weiterfahren. Aber das zeigt so ein bisschen, wenn man nicht nachgeben kann, dann geht es irgendwas in die Brüche. Und ich glaube, der Patrick Hatt hat dann auch gesagt, hey, Crash unter Teamkollegen. Also bitte, schlimmer geht es nicht. Witzigerweise, die beiden können heute ganz gut miteinander. Aber wir gehen gleich weiter zu unserer Nummer 7. Und das, Stefan, kennen wir ein bisschen, oder? Zwei Silberpfeile mit Mercedes-Motor hinten drin, die einander im Kampf um die Führung in die Karre krachen. Auch noch in Österreich, auch noch in der Haarnadelkurve. Christian, da klingelt es bei mir. Aber nicht zum ersten Mal. Es war tatsächlich früh im Rennen David Kulteit und Mika Heckenen 1999. Michael Schumacher war schon außen vor. Der hatte sich das Bein gebrochen in Silverstone. Die beiden Silberpfeile kämpfen also um die Führung. Und Kulteit, ja, er schießt Heckenen ab. Unabsichtlich zwar, aber fährt ihm aufs Hinterrad. Heckenen dreht sich, ist auf einmal letzter. Ja, und am Ende gewinnt Eddie Irwin. Genau. Und ich habe mir gerade vorher noch die Reaktion damals auf diesen Crash angeschaut. Das kann man auf YouTube ja machen. Ron Dennis hat das damals schön runtergespielt und hat gesagt, beide sind Grown Men, also erwachsene Männer. Da passiert nichts groß. Und die einzige Konsequenz für das Team im Nachhinein sei, dass sich David Kulteit jetzt schlecht fühlt. Naja. Das ist wieder so ein Moment. Ron Speak wird es ja oft genannt. Die Art und Weise, wie Ron Dennis sich auszudrücken weiß, hat er ja sicherlich schön formuliert. Genau. Genau. Unsere Kollision Nummer 6. Da müssen wir gar nicht so viel drüber sagen, weil das wissen wir alle noch. Die Bilder sehen wir alle noch vor uns. Versappen und Ricciardo in Baku 2018. Stefan, ich glaube, was man kurz vielleicht erzählen kann, ist, das hat auch eine Vorgeschichte gehabt, die vielleicht der eine oder andere schon vergessen hat. Das hatte in der Tat eine Vorgeschichte. Die beiden haben sich eigentlich das komplette Rennen über schon belagert, als dann dieser Crash passierte. Und zwar hatte Ricciardo schon mal ein erfolgreiches Manöver gegen Verstappen gefahren, hatte also überholt, war vorbei. Dann kamen die Boxenstops dazwischen und Verstappen war wieder vorne. Und auf einmal hat dann eben Ricciardo dieses Manöver nochmal probiert. Ja, und nach einem Rennen, das er so ziemlich zu großen Teilen im Heck eben von seinem Teamkollegen verbracht hat, dann hat er es dann in diesem Moment verrissen schlichtweg. Ja, und ist ihm ins Heck gekracht, beide ausgeschieden. Ja, das Drama war recht groß. Aber auch da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, weil Red Bull-Kollisionen, das kennen wir schon. Ja, nicht ganz neu. Da spielt auch Sebastian Vettel dann noch eine Rolle. Unsere Nummer 5, da haben wir uns entschieden, für Nico Rosberg, Marc Weber in Brasilien 2006. Ich muss zugeben, eine Kollision, an die ich mich gar nicht mehr erinnert habe. Ging es dir auch so, Stefan? Ging mir tatsächlich auch so. Aber als wir davon erfahren haben, also die Konsequenzen schon heftig, weil der Rosberg ist ziemlich abgeflogen. Und ja, wir hatten ja auch neulich mal wieder darüber diskutiert in der Redaktion. Ja, Rosberg, der hat sich ja auch geäußert zum Brasilien-Crash. Ob er schon mal was Ähnliches erlebt hat? Ja, also Marc Weber, er ist ihm aufgefahren ins Heck und danach sehr heftig abgeflogen. Nico Rosberg 2006, lange her, aber vielleicht nicht mehr allen in Erinnerung. Genau, eindeutig schul für Nico Rosberg. Gibt es da, glaube ich, keine Diskussion drüber. Und noch so eine, für mich zumindest, vergessene Kollision in einem ganz legendären Rennen, war die zwischen Lewis Hamilton und Jenson Button in Montreal 2011. Die beiden fahren sich also auf der Start- und Zielgerade in die Karre. Lewis Hamilton scheidet aus. Und Jenson Button gewinnt eins der spektakulärsten Rennen der Formel 1-Geschichte. Stefan, kommt das auch in deinem Buch vor eigentlich? Kommt in meinem Buch vor, da gibt es auch diverse Rekorde, die dieses Rennen aufgestellt hat. Unter anderem Safety-Car-Phasen und dergleichen mehr. Und Jenson Button, das ist ja das total verrückte Fahrfehler von Sebastian Vettel kurz vor Schluss. Und der gewinnt das Ding sogar noch. Und das, nachdem er sogar eine Durchfahrtsstrafe gekriegt hat. Also völlig wildes Ding damals. Und ich glaube, die Kollision war sogar direkt vor dem McLaren-Kommandostand. Besser geht es eigentlich nicht. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, zwischendurch haben wir ja, also das Rennen hat die vier Stunden tatsächlich erreicht, diese Vier-Stunden-Marke. Oder wurde die Regel nicht erst danach eingeführt? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Das weißt du als unser Experte in diesen Dingen wahrscheinlich besser als ich. Auf jeden Fall gab es, glaube ich, eine zweistündige Unterbrechung zwischendurch mal. Ja, und es ist eines der längsten Rennen aller Zeiten, weil es insgesamt über die Dauer von vier Stunden ging. Da hast du vollkommen recht. Ja, und eben kurios, weil da war alles dabei. Regen, Regenpause und dann diverse Safety-Car-Phasen. Viele, 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 viele Unfälle. Und ich glaube, das war auch ein Rennen, wo Michael Schumacher hätte aufs Podium fahren können, dann aber unter anderem von Button kurz vor Schluss noch überholt wurde. Da hat auch DRS eine ganz große Rolle gespielt, weiß ich noch. Also eine völlig verrückte Nummer. Ja, am Ende nicht Schumacher auf dem Podium und Button gewinnt das. DRS sind wir beide keine Fans von, weiß ich. Dann sind wir bei einem Crash, den wir vorher schon kurz angesprochen haben. Vettel Weber in Istanbul 2010. Und Stefan, was, glaube ich, vielen so geht, ist, viele fühlen sich erinnert an das, was jetzt gerade in Brasilien passiert ist, oder? Mit diesem leichten Rüberziehen, das Sebastian macht. Ja, völlig richtig. Also ich habe mich auch daran erinnert gefühlt. Kurz die Situation. Sebastian Vettel liegt hinter Mark Weber, zieht dann raus zum Überholen. Und er hat dann auf seiner Fahrbahnseite nicht sehr, sehr viel Platz. Und dann ist es halt so, dass der Weber nicht klein beigibt. Im Prinzip ähnlich jetzt wie Leclerc in Brasilien. Und irgendwann sind die Fahrzeuge sich halt so nahe, dass es dann zum Crash kommt. Und beide Male, glaube ich, Christian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber sieht man halt, dass Sebastian Vettel ein bisschen die Richtung ändert und zum Kollegen rüberzieht. Womöglich wähnt er sich schon vorbei. Das ist aber eine falsche Wahrnehmung. Und es kracht halt. Ja. Ich finde, es war in Brasilien nicht so extrem wie in Istanbul. In Istanbul, finde ich, kommt man die Schuldfrage eindeutiger beantworten. Was bei der Istanbul-Kollision natürlich spannend ist, ist auch das, was danach passiert ist. Weil Mark Weber, also in der Box, Mark Weber beschreibt das in seinem Buch sehr schön. Helmut Marko stand da drin und hat über ihn abgeledert. Und Christian Horner war eher in der neutralen Position. Also diese zwei Lager, die es bei Red Bull dann jahrelang gab, auf der einen Seite eher die Vettel-Marko-Verbindung und auf der anderen Seite Mark Weber, der von den anderen neutral gesehen wurde, von Adrian Neuer und Christian Horner, aber den niemand so richtig geliebt hat. Das ist mit Istanbul 2010 sicher noch stärker in diese Richtung gegangen. Hier haben wir Kinder drin die Fortsetzung von der ganzen Geschichte, Multi-21, also Red Bull und Weber, das war am Ende keine Liebesbeziehung mehr. Genau. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema, Christian. Nummer zwei ruft. Ja, Liebesbeziehungen. Nico Rosberg und Louis Hamilton. Eine Liebesbeziehung, die sich über mehrere Jahre gezogen hat. Unsere eigentliche Kollision auf Platz zwei unseres Rankings, die findet 2016 im Barcelona statt. Aber angefangen, Stefan, hat das schon ein bisschen früher eigentlich zwischen den beiden. Ja, es hat schon ganz geknistert im Jahr 2014, als Mercedes richtig konkurrenzfähig war und damit eben Rosberg und Hamilton gegeneinander ausgespielt hat als WM-Rivalen. 2014 in Spar kam es dann zur ersten Kollision. Nico Rosberg wollte überholen, also hat dann versucht, sich auf der langen Kimmelgeraden in Spar heranzusaugen, hat auch geklappt. In Lecombe wollte er dann vorbei in der Schikane und da gab es eben dann die Berührung. Hamilton hat natürlich reingehalten, das ist vollkommen klar. Und der Rosberg war so ein bisschen, einen Hauch neben seinem Konkurrenten eben und hat dabei bei der Gelegenheit halt den Frontflügel verloren. Und Hamilton hat den linken Hinterreifen aufgestützt gekriegt und ist dann später mit Folgeschäden ausgeschieden. Der Rosberg hat dann durchgefahren, hat Punkte gemacht. Danach gab es richtig, richtig viel Knatsch im Team. Genau. Und ich erinnere mich noch gut dran, das nächste Rennen war Monza. Nico Rosberg lag in, ich glaube, in Führung, fuhr geradeaus in der Schikane und hinterher gab es alle möglichen Verschwörungstheorien, die von Mercedes natürlich alle dementiert wurden, im Sinne von, man hätte ihn möglicherweise sogar dazu gezwungen, um Spar richtig zu stellen, dass er dieses Rennen nicht gewinnen darf und Louis Hamilton vorbeilassen muss. Wir werden es nicht mit Sicherheit nachprüfen können. Ich persönlich glaube nicht an diese Verschwörungstheorie. Ich glaube, dass er sich tatsächlich da einfach verbremst. Aber du hast recht, das war die Wurzel an Übel damals. Und danach, nach 2014, nach Spar, da hat es immer mal wieder geknirscht oder gekracht, wie eben dann auch in Barcelona. Aber in Barcelona, Christian, glaube ich, da gab es technische Ursachen dafür, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass die zwei sich begegnen. Genau. Ich glaube nicht, dass geholfen hat, dass sie nicht mehr die besten Freunde waren. Aber der ursprüngliche Auslöser für diesen Crash war eigentlich, dass Nico Rosberg beim Herausbeschleunigen aus dieser ersten Kurvenkombination vom Hybridsystem her nicht die volle Power hatte, weil der Modus einfach falsch war in diesem D-Rating, wie man sagt. Und dadurch ist Louis Hamilton einfach einen Geschwindigkeitsüberschuss gehabt und fuhr hinten dran auf, beziehungsweise fuhr erst mal seitlich vorbei, fuhr hinten dran auf. Und so kam es zu diesem Crash. Also eigentlich, ich glaube, der sah spektakulärer und feindseliger aus, als er war. Aber vielleicht wäre auch nicht passiert, wenn die beiden ein bisschen besser miteinander gekonnt hätten. Und 2016, das wissen wir auch in der Retrospektive, das legendäre Jahr, in dem Nico Rosberg dann in Abu Dhabi Weltmeister wurde, da hatten sich die beiden schon nicht mehr so viel zu sagen. Ja, nicht so viel zu sagen, das ist, glaube ich, auch das Stichwort für unsere Nummer eins. Und das ist, glaube ich, die Mutter aller Teamkollegen-Crashes, nicht wahr? Absolut. Also ich erinnere mich sehr gut dran, obwohl ich da 89 erst sieben Jahre alt war. Aber ich habe so viel drüber gelesen und ich weiß noch, Heinz Brüller, zu dem ich journalistisch jahrelang immer aufklaut habe, hat das als Kollision des Jahrhunderts bezeichnet. Und ich glaube, auch wenn Heinz Brüller immer mal wieder zu Übertreibungen geneigt hat, in dem Fall nicht, weil abgesehen davon, dass die Kollision per se unter Teamkollegen und unter zwei mit dem Namen Senna Prost für sich schon mal spektakulär ist, ging es halt auch um die Weltmeisterschaft. Ayrton Senna ist weitergefahren danach, hat dieses Rennen gewonnen und hätte damit seine Chancen auf den WM-Titel auch gewahrt, wurde aber nachträglich disqualifiziert, weil er mit Inanspruchnahme der Streckenposten die Strecke abgekürzt hat, weil sie ihn durch die Schikane, also durch eine Abkürzungsstraße bei der Schikane geschoben haben. Riesen Aufregung natürlich. Alan Prost war damit Weltmeister und Ayrton Senna hat ein bisschen später sich noch dazu geäußert und auch gehandelt, Stefan. Ja, in der Tat. Also er hat dann später gesagt, der Ballestre, der damalige FIA-Präsident, habe ihm diese Weltmeisterschaft gestohlen. Das werde er nicht vergessen. Und ja, ein Jahr später an gleicher Stelle, Senna immer noch im McLaren, Prost inzwischen im Ferrari, ja, kam es in der ersten Kurve, direkt nach dem Start zur Kollision. Welch Wunder. Senna hat Prost einfach abgeschossen und sagt dann hinterher ganz schlicht, ja, das war halt das Ergebnis vom Vorjahr. Also quasi das war die Revanche und das wurde damals auch akzeptiert. Interessant nur im Kontext, wenn man es nur ein paar Jahre später dann wieder sieht, es gab ja durchaus auch WM-Entscheidungen, die in Crashes gemündet haben. Chere 97 sei das so ein Stichwort. Damals war es nicht so okay, aber als Senna Prost abgeschossen hat in Japan, das ging scheinbar irgendwie durch. Ja, damals hat man noch nicht jede Kleinigkeit bestraft in der Formel 1. Das war teilweise auch ganz gut so. Also Christian, jetzt haben wir die Top Ten genannt und ja, das ist natürlich kein Werk für die Ewigkeit, nicht in Stein gemeißelt, weil ich glaube, wir beide sind uns ziemlich sicher, diese Liste wird ihre Fortsetzung finden in den nächsten Jahren. So oder so, Lewis Hamilton tut ja noch ein bisschen mit, auch Sebastian Vettel ist weiter dabei. Da kriegen wir sicherlich noch die ein oder andere Teamkollegen-Kollision dazu, oder? Und Vettel und Leclerc haben beide Ferrari-Vertrag bis Ende 2020. Da kommt noch was.